Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires, der Aufstieg in ein neues Zeitalter. Erkundungsreisen und der Austausch mit anderen Kulturen haben neues Gedankengut nach Ägypten gebracht. Ihre Leute entwickeln neue Fähigkeiten, einschließlich neuer Fischereitechniken und komplexerer Steinwerkzeuge. Steigen Sie mit Ihrer Kultur in das Werkzeugzeitalter auf, um Zugriff auf diese Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. Alles klar, wir brauchen Holz auf jeden Fall, wir brauchen Nahrung auf jeden Fall. Wir brauchen noch mehr Holz, wir brauchen aber erstmal noch eine Hütte, die Holz verbraucht, dann wird er nicht mehr. Jetzt machen wir noch ein paar Knau, das ist gut, jetzt können wir hier auch noch ein paar Arbeiter dran schaffen. Aber warte, sind wir schon aufsteigen hier? Nein, es wird Nahrung, 500 Nahrung war es, aber okay. Sollten wir nicht so viele Arbeiten, weil wir einfach trotzdem viele Arbeiten haben. So, und der baut hier eben noch eine Fischereite, da können wir nicht mehr Holz, alles klar, dann besorgen wir mal Holz. Ist das halt so, dann besorgen wir mal Holz, dann machen wir eine Fischereite und einen Hafen halt, ne? So, hat der hier noch irgendwas? Oh ja, der kann auch nochmal Nahrung sammeln. Warum 500 Nahrung? Da können wir beide Weg jetzt bei uns. Da haben wir ja viele Arbeiter. Na, da geht jetzt in die Fischereite. Hier, Hafen war nicht. Hafen ging ja jetzt, glaube ich. Und bis. So, dann brauchen wir einen Hafen, dann können wir auch Nahrung mitschuppeln. Dann kommen wir hier irgendwo was finden, was uns mehr Nahrung bringt, als blöde Fischenhacken. Auch Fische. Snacks, okay. Können wir da hin. Was finden hier? Ach, hier ist auch noch so viel. Wollen wir nicht so weit gehen, hier ist auch noch was. Gehen wir hier lang. Alte Muten oder so, die wir jagen können. Alamars. Falt ist hier, okay. Alamars. Sch. Und der Nahbereich ist ja wirklich nix, ne? Alles weit weg. Alamars. Alamars. Das ist ja mies. Sehr mies. Naja, wir brauchen Holz. So haben wir auf jeden Fall nochmal Holz. Und dann haben wir hier nochmal Fisch sammelt. Und in der bauen Kornsträcher. Und da haben wir noch die Lade wie hier ist da. Und dann haben wir jetzt noch Holz hier. Mehr Holz. Das ist fertig. Kann er, kann das hier? Kann er nicht ran, ne? Nee, kommt er nicht ran. Wollte ihn auffischen erst mal. Ähm. Kannst du mal einen gewonnen? Fischer, wir haben keine Holz. Okay. Nicht genug Holz. Ja, dauert das halt ein bisschen, ne? So. Keine Arbeiter mehr rumstehen hier, der abends los ist, ne? Ich habe keinen Theologen gefunden, ne? Die brauchen wir für den Aufstieg. Und Nahrung 500, alles klar. Holz ist eigentlich eher sekundär. Da kann man das beschleunigen, indem man einfach alle auf die Nahrungssuche schickt. Aber hier ist nicht so viel. Oh, der könnte hier mitfischen noch. Darwin. Naiv, Darwin. Oh, no. Beschleunigen das Ganze mal. Ach, wir haben keinen Platz mehr. Wir können nicht. Wir brauchen eine Hütte. Verdammt. Rampfer. Aber wir haben das, glaube ich, so gleich geschafft. Herrlich, herrlich, herrlich. So. So. Naiv. Darwin. Oh, hier sind wir schon viel gebaut. Und dann können wir jetzt aufsteigen. Und dann haben wir wieder eine Mission, ein Quest, der vorliegt. Okay. Da ist er. Kann ja auch Farle jagen gehen. Nö. Sind sie nicht? Die fischen ja gerade nur da. Und der Gegend ist mir nicht. Können die Wale fangen. Wollen wir wahrscheinlich entwickeln, wie es Wale fangen. Ja. Ne, wo? Mehr Fische hier. Wo vorne. Fische. So ein Fische. Wo ist das Ende? Wo ist das Meer hier? Ah, da. Da gehen wir fischen. Der wird hier ja nichts finden, oder? Ja, da fände ich ja nichts. Nur mal für die Suche. Wo ist ein Fisch vollkommen da? Auf geht's. Sehr gut. Alles klar. Oh, wir haben es schon. Oh, wir haben es schon. Oh, wir haben es. Hoppla. Ich habe es direkt verpennt. Wie können Sie sich anfangen, oder? Ne, wir werden fast verpennt. Ne, jetzt noch. Was? Das ist Bombe. Ich habe irgendwo zwei Gebäude besucht. Da haben Sie halt geplant. Nee, ich habe ein Gebäude, oder was? Haben wir das richtig verstanden? Warum heute noch Gebäude? Wollen wir doch mehr Holz noch? Also Nagen haben wir genug? Wir brauchen mehr Holz. Den Holz hacken. Nagenholz. Holz. Wir haben genug die Nagenhandschaften jetzt. Nagen läuft. Kein Problem. Jetzt machen wir aber zwei Gebäude, die wir noch hinstellen müssen. Ich denke, dass wir alle Gebäude gebaut haben. So, fertig. Dann bauen wir noch das andere Gebäude. Und ich bin holzen. Verdammt. Dann gehen wir Holz hacken. Wir sorgen uns noch mal zwei Arbeiter. Tun wir uns hier hin. Ich bin holzen ein bisschen beschleunigen. Wo geht der ganz hin? Ach, der geht fischen. Außer nicht, geh holz. Thomas. So, jetzt baut der. Der baut jetzt den Kornspeicher. Nehmen wir noch nicht. 120 brauchen wir. Jetzt geht's. Erstmal. Wir hatten noch ein Gebäude geführt. Aber wie kann man das denn das hier bauen? Das haben wir schon gebaut. Dann bauen wir das hier. So, haben wir es. Freit geschafft. Haben wir ja die Feinde auf der Karte. Nein, wir haben keine Feinde auf der Karte. Ja, ist klar. Das ist jetzt auch schon übrig. Nicht. Hier noch ein bisschen weiter rausgesungen. Aber ist okay. Komm mitlegen. Ja, und das ist wunderbar. Hey, und haben wir gleich wieder das Mission geschafft. Kommt drauf, kommt drauf, kommt drauf. Kommt drauf, kommt drauf. Ja. Ich weiß gar nicht. Wann kommt die erste Version hierzu raus? Ich weiß das gar nicht. Wisst ihr das noch? Also ich meine, das muss schon 20 Jahre her sein. Ne, noch älter muss das gewesen sein. Für 20 Jahre kommt glaube ich Edge of Empire 2 raus, ne? Bin mir nicht sicher. Ich hab auf jeden Fall eins hab ich nicht allzu lang gespielt. Das ist dann auch eher ein... Ich hatte ja auch nur zwei Computer. Da konnten wir auch nur maximal zu zweit spielen, glaube ich. Und bei Edge of Empire 2 hatte ich dann so ein korrektiales Ringnetzwerk. Also drei Computer, ein Verbund oder vier sogar. Ähm, ja. Da muss man eine geschlossene Zeitung haben. Das ging jetzt nicht, ne? Ja, und wir haben es wieder geschafft. Ja, ihr könnt ja... Ihr Stamm hat die Techniken zur Herstellung verbesserte Steinwerkzeuge erlernt und ist in ein neues Zeitalter aufgestiegen, das sich Jungsteinzeit nennt. Mit diesen neuen Technologien blüht ihr Volk auf und erlangt einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen in der Umgebung. Ja, ihr könnt ja in den Kommentaren schreien, was ihr vor 20 Jahren gespielt habt. Alles klar. Ja, und, ähm, habt ihr ja was 20 Jahre übersehen? Rechnen. Oder ist das? 18, war es? 98, ja. Hm. Nicht meine da. Oder was noch länger her? Weiter zurück. 90, 98. Warte, ich weiß nicht. 28 Jahre alt. Was noch länger her? Nein. Ich muss mal gucken. Ich muss aber gucken, ob ich das alte Edge of Empire irgendwo rumliegen habe. Aber nur Google kann man das ja auch. Oder ihr könnt einfach mal in den Kommentaren schreiben. Wann kam jetzt Age of Empire 1 raus? Und wann 2? Alles klar. Ich bin da soweit raus. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.